Weil wir am Freitag in Hersching gespielt haben, und eigentlich in Hersching ein Musiker auch beheimatet ist, Stefan Schwertgeger, der auch wunderschöne Alben aufgenommen hat, wunderschöne Nummern geschrieben hat. Und am Freitag haben wir vergessen, die Nummer zu spielen, wo wir in Hersching waren. Das machen wir heute hier. Musik 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 I'll see you next time. 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 I'll see you next time.